Ja, dann sind die aber unten, oder? Dann chillen die einfach noch da. Okay, aber warum husten? Können die vielleicht in den Tunnels irgendwo unten sein? Ich weiß es nicht. Okay, ja. Dann sind aber beide unter uns, weil es ein zweier Team. Vielleicht sind die anderen auch schon längst verreckt und es sind andere. Ja, es kann gut sein, dass die unter uns sind. Wir drehen nicht. Ich komme dann. Ich komme jetzt schon. Ja, da ist. Nein, nein. Ja, die sind unter uns. Die sind da explodiert. Ich glaube, die kamen von innen. Nein. Mach mal Dead Silence rein. Dann waren die aber gar... Hä? Dann hörst du einfach wieder viel zu viel, Alter. Dann waren das die, die wir da runtergeforst haben. Ja, mach. Ich weiß nicht, was du...